Immer dieses Licht. Kann ich mich nicht einfach als so ein Magier hier verkleiden? Ich sehe schon kommen, dass sie mich noch weitere Male entdecken werden. Diese kleinen Magier-Fuzzis. Und wie die Plattform einfach durch den Stein hindurch geht. Ist es wirklich? Oh, hier ist Wesensste Ausgang. Wesens ist eine gute Sache. Da muss ich nicht zu diesem bösen Luftmagier-Typi runter. Wie wird dann erst der Feuerturm? Ich will gar nicht dran denken. Das ist ein Hoch und Runter. Hoch und Runter. What the fuck? Wer hat das gebaut? Das ist total ineffizient. Erst runter, dann hoch, dann runter, dann hoch. Das kann ja einem Schlechtball werden. Ja, danke, dass du mich getötet hast. Man, nach langer Zeit war wieder das Chicken gestorben. Juhu. Wegen einer Plattform. Ich hasse diesen Turm. Ja. Wow. Wie ist es noch so schön? Chicken. Momentary Oversigns bring enduring wounds. Und noch mal diese ekelhaften Fliesen. Und noch mal diese ekelhaften Fliesen. Schatztruhe. Schatztruhe. Lass mich schreien. Da ist der Schlüssel drin. Schritte höre ich, glaube ich, keiner. Noch ein Teleskop. Bestimmt muss ich damit irgendwas machen, um an die Truhe zu kommen. Oh, Mann. Eisblock. Ich dachte, es wäre der Turm der Luft und nicht der des Eises. Muss ich damit auf den Sockel da unten zeigen? Dann wird irgend... Ja, das Mondlicht wird darin festgehalten. Wie das auch funktioniert. Das ist aber noch zeitgesteuert. Das ist es das utilities. Was ist da? Nein! Du Schwein! Wetten, jetzt hat sich das Schloss resettet? Und der Feuerschlüssel... Juhu! Also der Luftturm, der war schon mal gemeint zu mir. Ja. Mich einfach zu zerquetschen! Das ist mit dem Chicken ganz und gar nicht in Ordnung. Oh nein! Sie ist doch sehr sensibel! Ah! 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 Na los! Plattform bei Fuß! Scheiß Fliesen! Ich muss mich beim Fliesenleger, der das hier konstruiert hat, beschweren! Keine Fliesen! Können die ihre Gebäude nicht einbrechergerecht konstruieren? Anscheinend nicht, Chicken! Naja, auf zum Feuerturm! Runter! Und jetzt wieder 80 Milliarden Treppen laufen! Hey! Wir gehen zum Feuerturm! Dann kann ich ja mal Chicken meine ekelhaften Sonnenstrahlen direkt in die Fresse hauen! Och, Sonne! Alle ärgern sie mich! Ist das der richtige? Würde ich einfach mal sagen! Wo bin ich total drauf? Ja, hier sind Fliesen! Geräusch macht Treppen! Nee, du bist Erde! Yay! Ich bin durch die falsche Tür gelaufen! Alles falsch machen! Das katschickt wirklich gut! Ja! Aber das ist auch schon alles! Kann ich das löschen? Nee, ich kann das nicht löschen! Das sagt man! Es ist Magical Fire! Treffen müsste man könnte können! Mhm! Ja, Sweet Silence. Uh, aber hier ist es schön dunkel. Hier auf der Seite jedenfalls. Sieh mal mit ihren Elementen. So, Ruhe da vorne. To adapt Hal Heire. LAND-SCAL-DISO-BETEN-REGALIO-SPECIFIC-ORTERS-AND-THEN-TURNED-INTO-THE-TOWER-FIRE. Needless to say, he was ill-prepared to deal with the trials of Lava. Lava. Lava! Ich spüre tausend Tode. Hoffentlich macht die Lava nicht auch so ein ekelhaftes Geräusch wie Morrowind. Ich hasse das Lava-Geräusch. Ist so nervtötend, genau wie das des Geisterwalts. Wo bin ich hier nur reingeraten? Anstatt dass Gerrit einfach durch dieses offene Fenster in der Kathedrale geklettert ist. Nein, er muss unbedingt die Talismane finden, um dann die Türe zu öffnen. Gerrit, du bist ein Dieb. Du solltest nicht den Vorderangang nehmen. Ja. You want to talk chicken. Die Decke ist schon mal aus bösem Metall gemacht. Und der Boden. Äh, auch. Zum Glück habe ich ja so viele Brustpfeile bekommen, ne? Yay! Lava! Hoffentlich verbrennst du dir da nicht die Finger chicken. Oder die Flügelchen. Oder beides. Oh, da läuft auf jeden Fall jemand. Die Frage ist, wo läuft er? Moment mal, ist der gerade aus der Lava gekommen? Wie ist es, ist es hier dunkel genug? Tja, Lava ist halt nicht so helle, ne? Lava! Lava! Das wird wahrscheinlich auch Geräusche verursachen. Äh. Das wird ein Spaß. Ich will gar nicht wissen, wie es auf der Mitte des Turmes aussieht. Geht er einfach durch die Lava. Feuerresistenz over 9000. Das nenne ich mal ein heißes Bad nehmen. Ja. O hazır. Als nächstes Mal. Odericionneine. Vielen Dank.